Howdy Leute, euer Miftaka hier und heute ist wieder Xur-Tag, eigentlich ist das schon seit gestern. Gestern habe ich es aber zur Xur-Zeit, habe ich keine Zeit gehabt, um ein Video hochzuladen, dann sind wir hinterher in den Stream gegangen. Deswegen heute noch, weil es gibt tatsächlich ein paar wichtige Sachen, die ihr wissen solltet, falls ihr das nicht auf dem Schirm habt. Ich werde heute Abend, werden wir auch Destiny 2 ein bisschen streamen, wir werden die Helpline für die Exo-Mission machen. Denn Xur hat seit dieser Woche, beziehungsweise diese Woche, das erste Mal, deswegen garantiert, Exo-Klassengegenstände dabei. Die könnt ihr allerdings nur beim Kaufen, wenn ihr die Exo-Mission auch abgeschlossen habt. Deswegen ein bisschen Helpline nochmal machen, damit der eine oder andere vielleicht nochmal einen Abschluss bekommt, damit er das Ganze hier kaufen kann. Ansonsten haben wir auch einen wichtigen Cut dabei bei Xur, nicht der Löwengebruch-Katalysator. Hier ist es so, wenn wir die Waffe abfeuern, bekommen wir für Kinetik und Powerwaffen erhöhte Handhabung und Präzision. Nein, es ist der Dreifaltigkeits-Katalysator und der ist wichtig. Denn normalerweise, um den Blitz-Ableiter, also diese Akkus-Verkettung zu triggern, brauchen wir einen Präzisions-Kill. Mit dem Katalysator reicht irgendein Kill. Das heißt auch ein Blitz-Ableiter-Kill, Bodyshot, wie auch immer. Das hier wichtig, damit wir die Verkettung halt mit dem Blitz-Ableiter haben. Deswegen auf jeden Fall diesen Cut, den sollte jeder haben, weil es ist immer noch eine der stärksten Ad-Klee-Waffen overall. Deswegen diesen Katalysator auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten haben wir Lindwurmkrone, ja, ein Jäger-Exo, wo wir durch Ausweichen ein bisschen Gesundheit und Schildverstärkung bekommen. Es gibt noch Leute, die spielen das im PvP. Ansonsten sehe ich da keinen Nutzen für Verhängnisreißer Schulterplatte. Hier bekommen wir durch leere Schaden einen Bonus für leere Waffen, ja, im Damage. Und wenn wir Ziele mit einem leeren Nahkampf besiegen, haben wir super Energie. Kann man spielen, situativ. Titan hat natürlich auch deutlich bessere Exos-Store-Auswahl. Aber für das eine oder andere Nischige-Loadout kann man das vielleicht spielen. Also könnte man sich mitnehmen. Stats-mäßig hier mit 68 ist halt zu viel Intellekt für PvE. Aber könnte man ja bei Raul neu fokussieren. Ansonsten bei der Lindwurmkrone auch hier 62. Natürlich keine tollen Stats, aber die könnte man ja auch neu rollen. So, Clowness Hamka gibt uns eine zweite Nahkampfaufladung. Das braucht man auch nicht mehr. Ich habe damals mal ein Bild damit gebaut mit dem Arcus Rutschmidi auf Morlock. Das funktioniert auch, ja, aber den Perk habt ihr ja quasi jetzt auch auf den exotischen Klassengegenständen. Nur, dass ihr das Ganze da in Kombination mit was anderem haben könnt. So, ja, dann ansonsten haben wir hier 23 zu 11 und 23 zu 13 Umtauschfaktor. Denkt dran, dass ihr euch die Gunst der Neuen immer mitnehmt. Gerade jetzt, wo man die exotischen Klassengegenstände kaufen kann für die seltsamen Münzen. Dann haben wir eine Falkenmond mit erster Schuss dabei. Ja, vielleicht für den einen oder anderen noch ganz nice, der noch keiner hat. Arbeitstier, ja, die Gatling Gun im Endeffekt, wo ich auch schon mal Builds mitgebaut habe auf dem Titan mit der Aktion Kriegsausrüstung, wo ihr die ganze Zeit durchballern könnt. Das ist eher eine Fun-Waffe. Machen wir uns nichts vor. Aber es gibt zwar Leute, die rennen damit im PvP rum, wollen ein bisschen abfacken. Aber es gibt deutlich bessere Waffen, trotz alledem so als Fun-Waffe. Und zum Sammlung komplementieren kann man es mitnehmen. Wellenspalter, tatsächlich ein sehr, sehr starkes Exo-Spurgewehr. Wir haben drei verschiedene Stärke gerade. Und es ist aber so, wenn wir eine Sphäre aufheben, haben wir direkt das maximale Power-Level auf der Waffe. Also die maximale Power, die die Waffe haben kann. Und, also ich meine jetzt vom Damage her. Und dann ist es auch so, dass wir im Dauerfeuer Ziele unterdrücken. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, aber es müsste eigentlich so sein. Laserscharn hat drei Stärken, die wechseln, während der Abzug gedrückt gehalten wird. Und genau, wenn man eine Sphäre in der Macht aufsammelt, wird für eine Weile maximale Power gewährt, die mit automatischem Nachladen beginnt. In diesem Modus werden Ziele durch Dauerfeuer unterdrückt. Ja, also das ist schon eine sehr, sehr starke Waffe. Für einige leere Builds auch auf jeden Fall. Auch hier so ein Hanischjäger oder sowas. Die auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man die nicht hat. Und dann haben wir Kalonie, ja, wo wir diese kleinen Insektengranaten verschießen mit dem Granatwerfer. Ich glaube, er ist diese Season nochmal gebufft worden. Ich habe ihn ewig nicht mehr gespielt. Kann nicht allzu viel zu sagen. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, das Ding taugt für irgendwas so anders als eine Pfannenwaffe oder sowas. Früher hat man es auch mal ein bisschen in PvP gespielt. Man konnte seine Teammates damit bei Shuro zum Beispiel killen. Aber ansonsten hat die nie wirklich einen Nutzen gehabt. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn das jetzt anders geworden ist. Ja, bei den Legandellen Waffen haben wir hier eine Fluchtgeschwindigkeit mit Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, fixer Zug. Wir haben Modell 8, auf jeden Fall schon mal das Range-Visier drauf. Und Range Masterwork. Trotz alledem, wir haben bessere MPs, Leute, auch für PvP. Eine Wolfthorn-Szene, das braucht ihr nicht. Wundspringer mit Pulsmonitor, erster Schuss, auch nicht. Hüftvollgriff, Elementarkoppler, auch nicht. Kralle der Versuchung, nein, danke. Ich meine, wobei umzingelt schon recht gut ist, aber der Rest ist halt... Ja, wobei, zerklüftete hätten wir drauf, das hätten wir drauf. Energietransfer ist halt nicht so prall. Aber ansonsten, der Rest ist okay. Dann haben wir hier Überschuss und Vorpal-Waffe auf der Karnis. Ja, ich meine, Granatwerfer haben wir sowieso bessere. Und dann haben wir hier Schnellhauer, das Jägerschwert mit Engard und unablässige Treffer. So, ja, das haben wir dazu. Rüstung beim Warlock und Titan habe ich nachgeguckt, war nichts Gutes dabei. Titan auch hauptsächlich sehr viel Mobilität. Aber Jäger haben wir hier, zum Beispiel das hier, 66, Mobi, Belastbarkeit, Stärke. Da habt ihr eine PvE-Rüstung, ganz nett. Dann haben wir hier 65 mit Fokus auf Intellekt und Erholung. Da könnten wir Mobi-Mod draufpacken, hätten wir eine relativ gute PvP-Rüstung. Ja, hier nochmal 65, so overall, wobei die jetzt nicht so gut ist. Und hier haben wir nochmal 66 mit Mobi und Stärke. Ja, das war's, Leute. Das wollte ich euch nur kurz gesagt haben. Falls ihr es nicht auf dem Schirm habt, denkt dran, Klassengegenstand und auf jeden Fall Dreifaltigkeits-Google-Cut. Ja, falls wir uns heute Abend nicht auf Twitch sehen, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Und in dem Sinne, viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.